Hallo, ich bin die Ruki vom Referat für Ausländische Studierende. Wir haben diese Online-Petition ins Leben aufgerufen, um aufzuzeigen, welche Probleme Studierende aus Drittstaaten in Österreich haben. Zehn Stunden im Bachelorstudium und 20 Stunden im Masterstudium. So sieht derzeit das Arbeitsrecht für internationale Studierende in Österreich aus. Aber mit zehn Stunden die Woche kann man sich nicht einmal die wichtigsten Lebenserhaltungskosten finanzieren. Hohe Mietkosten, hohe Energiekosten, sehr hohe Kosten für die Lernunterlagen. Plus kommt noch hinzu für internationale Studierende die doppelten Studiengebühren. Und noch eine Belastung kommt auch noch hinzu, das ist der Betrag 4000 bis ca. 8000 Euro, den die Studierenden jährlich für den Aufmerksamkeitstitel vorweisen müssen. Aber mit dieser Beschränkung von zehn Stunden die Woche kann man sich das Studium bzw. das Leben überhaupt in Österreich nicht finanzieren. Deshalb fordern wir ein volles Arbeitsrecht für alle, unabhängig von der Nationalität. Deshalb bitte ich auch dich, diese Online-Petition zu unterstützen. Vielen Dank.